Die Wilde Rennsch, ein vier Kilometer langes Seitental in Bad Peterstahl-Griesbach. Willkommen beim Haus Wilde Rennsch. Vor dem Haus fließt der Bach die Rennsch. Oberhalb vom Haus die Himmelsliegen, idealer Ort um runter zu kommen vom Alltag. Unser überdachter Spielplatz mit Sitzmöglichkeiten für groß und klein. Der obere Balkon vom Haus, dahinter verbirgt sich die Wohnung Kapellenblick. Wird belegt mit maximal fünf Personen. Am Querbau vom Haupthaus schließt sich Ferienwohnung Bergpanorama mit einem tollen Holzbalkon an. Bietet Platz für maximal fünf Personen. Abonnieren und schlubben. Buben Abonnieren und Bedrohungsgeräusche Aufnieren und unterrichten können Sie ein paar Kilometer hin. Vielen Dank.